Aus meiner Sicht ist Spitzensport auch ein bisschen Lebensschule. Man lernt sich, Ziele zu setzen und darauf hinzuarbeiten. Und es lernt einem sicher auch eine Teamfähigkeit, Resilienz und eine Belastbarkeit, die man hier im Arbeitsleben in jedem Fall brauchen kann. Mein Name ist Christoph Meyer, ehemaliger Orientierungsläufer. Ich bin Trainee im Athletenprogramm bei der Bosch Finos und arbeite bei der internen Revision. Als Spitzensportler war ich insgesamt zehn Jahre im Nationalteam. Ich habe hier viel erlebt, unter anderem die Top 10 im Weltcup konnte. Ich habe jetzt meine Spitzensportkarriere beendet und freue mich auf neue Aufgaben hier bei der Bosch Finos. Bei meinem Karrierenwechsel habe ich dank dem Athletes Network bereits während der Aktivkarriere Kontakte knüpfen. Und unter anderem auch bei der Bosch Finos schon erste Leute kennengelernt. Und das hat mir sicher viel geholfen. Der Übergang in die Pluswelt aus dem Spitzensport ist für mich ein bisschen fliessend gewesen. Ich habe vorher schon Teilzeit neben dem Spitzensport gearbeitet. Dann bin ich zu 100% Profi gewesen. Ich habe das Privileg gehabt, auch meine Karriere Tänze zu beenden, wo es für mich gestimmt hat. Das ist im Sport nicht immer einfach, weil nicht immer alles planbar ist. Und ich bin froh, dass ich mir früh Zeit genommen habe, diesen Schritt anzugehen. Als Spitzensporter bringt Christoph sehr viele Eigenschaften damit, die hervorragend zu unserer Teamkultur passen. Und wo wir auch sehr gut davon profitieren können. Er arbeitet sehr zielorientiert. Und in Bezug auf den Informationsgehalt, den wir bearbeiten müssen, findet er immer die nötige Orientierung und auch den richtigen Fokus. In meiner OLK-Lehre konnte ich sicher sehr viele Erfahrungen machen, die ich jetzt im Berufsalltag mitnehmen kann. Man lernt, auf ein Ziel zu arbeiten und auch alles dafür zu geben, um das zu erreichen. Man muss auch den Umgang mit Kritik lernen. Man muss selbstkritisch sein. Man muss an sich arbeiten, damit man weiterkommt. Mein jetziger Alltag ist sicher ein wenig weniger abwechslungsreich. Dafür gibt es eine gewisse Planbarkeit. Und man macht neue Erfahrungen, die auch extrem wertvoll sind. Mir ist es immer wichtig gewesen, dass ich einen Job finde, der sehr erfordernd ist, der abwechslungsreich ist und wo ich auch verschiedene Sachen sehen und erleben kann. Und hier bei der PostFinance schätze ich vor allem die grosse Themenvielfalt. Ich habe hier bei der internen Revision die Möglichkeit, in einem grossen Finanzinstitut in verschiedene Bereiche hineinzusehen. Wir haben auch ein sehr cooles Team. Man begegnet sich auf Augenhöhe und hat sehr schnell einen Anschluss gefunden. Nach flexiblen Arbeitsbedingungen hier bei der PostFinance ist man aber auch möglich, nach der Spitzensportkarriere eine entsprechende Work-Life-Balance zu haben. Und glücklicherweise ist es auch ein attraktiver Breitensport. Und von daher werde ich das sicher nicht aus dem Tag verlieren. Ich bin der Windisch im 오래gesaal. In der Windisch beim Hochschil ist ein Teil der Probleme.